So, Marion Steinhauser, eine souveräne Abwehrspielerin des TF Südtirol. Heute einmal ausnahmsweise nicht im Spiel dabei. Marion, erzähl ins Moment, wie eigentlich die Saison für sie läuft im Moment. Ich bin zufrieden. Allebei ist ganz gut gegangen und bis jetzt haben wir mehr oder weniger gewonnen. Wir hoffen, dass es noch weitergeht. Das nächste Spiel wird noch schwer wegen dem Balkan. Aber ich denke, dass wir am Radpacken sind. Marion, wie bist du eigentlich in der Abwehr mit Irene Ferreri? Mit aller Wahrscheinlichkeit wird die Kika Rodella, die heute das erste Mal im Italien Cup spielt, mit dabei sein. Wie kommt der Vier? Hast du mit Rodella schon ein paar Mal probiert zu trainieren in der Abwehr? Wie schaut es dir aus? Wir haben jetzt beim Trainingshoftraum miteinander gespielt und im Anfang ein paar Freundschaftsspiele und es ist ganz gut gegangen. Es ist fein, mit dir hinten zu spielen und wir haben uns ganz gut zurecht gefunden. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, nächsten Sonntag am 18. Spiel ist es gegen Barcontreviso, die zweite in der Weingang momentan. Es ist eigentlich im Moment sechs Punkte hinten. Was ist dein Tipp für das nächste Spiel? Was ist dein Tipp für das nächste Spiel? Vielen Dank. Danke, Marion. Danke.